Wir sind da. Wie ist deine Position? Häng gerade in meinem Labor ab und mach ein paar bahnbrechende Entdeckungen. Wir finden dich. Also, was haben deine Forschungen ergeben? Nur Störgeräusche. Das sind einfach zu viele Interferenzen. Wem sagst du das? Alles bis 3000 Gigahertz? Das totale Chaos. Ganz genau. Und von UHF fange ich gar nicht erst an. Oh, die Ultrahochfrequenzen drehen durch. Da fragt man sich, wo ist die Ionosphäre? Ich hab genau das Gleiche gesagt. Sian, hätte nicht gedacht, dass wir so ein gutes Team sind. Es ist eigentlich kein Team. Es dreht sich mehr um mich und den Kommandanten. Nimm's nicht persönlich. Es ist nur so. So war's schon immer. Der Kommandant und Ray, Seite an Seite, retten die Welt. Schon gut, kleiner Roboter. Ich hab's kapiert. Aber du kriegst dich wieder, oder? Ich hab's kapiert. Ich brauche mal eine Sekunde. Hier drüben, Hilfe! Danke. 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 Das ist ein hochmodernes mobiles Sturmanalyse-Labor. Und gleichzeitig ein Bus. Ja, kann beides sein. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir eine bessere Antenne besorgen? Ich komme nicht in den Sturm hinein, wenn die Höhlen die ganze Zeit meinen Bus belagern. Also gut, Lars. Wir haben eine Idee. Ich habe den Bus-Antriebsapparat vorbereitet. Setz ihn ein, sobald du bereit bist, Kommandant. Ein Ballon. Ein Wetterballon? Will it keep the band in the air? Das finden wir schon noch aus. Gut genug für dich. Füge Blue Glow hinzu, um den Start vorzubereiten. füge Blue Glow hinzu, um den Start vorzubereiten. Das war's für heute. 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 Vielleicht... Das war's für heute. 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 Oh, das ist das warm innost. Auch für heute. Das war's für heute. Ähm, Ray, hier bei deinem Schild gibt es einige unerwartete Wolkenphänomene. Ich glaube, es destabilisiert den Sturm. Solange das Teil läuft, solltest du die nähere Umgebung auskundschaften können. Puh, da kommt mir eine Idee. Da kommt auch nie eine Idee. Das ist kein Wettbewerb, Lars. Na gut, kleiner Roboter, du gehst als Erster. Wenn der Sturmschild wirklich den Sturm stört und der Schild immer stärker wird, je weiter wir uns rauswagen, desto mehr Überlebende können wir retten. Es gibt da vielleicht ein Problem, aber darüber sprechen wir, wenn du am Außenposten bist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.